Jo Leute was geht, herzlich willkommen zu diesem Video und heute spiel mir nochmal eine kleine Runde Fortnite das hat euch ja relativ gut gefallen ACHT WIRKT ähm, da muss ich auch gleich noch das Thumbnail hochladen das kann ich jetzt eigentlich gerade nur schnell machen während hier das Spiel lädt ähm ja wie gesagt, ich bin immer noch kein Profi ich bin jetzt noch Level 19 wie ihr sehen könnt nehm jetzt auch immer noch mit meinem Headset auf äh, ja weil ich das mit meinem Mikrofon irgendwie nicht funktioniert, ich weiß nicht wieso ja, muss ich mich mit zufrieden geben aber ich denke, das passt so, ich würde sagen, wir gehen äh, zu Celsius Springs so so ordnen wir mal gerade so so hier ist auf jeden Fall ich bin jetzt noch ich bin jetzt noch die 8 Weckpacker die wollte ich haben eigentlich eine Tatsche, aber ist jetzt auch egal wir können eine Truhe für mich die da dann nicht wieder in hier was r die die wenn der der die 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 Und noch ein Schild dran, das ist sehr gut, dann haben wir hier mal 100. So, nimm ich mal direkt. So. Okay, das heißt wir haben jetzt 100, 100. Hier ist einer. Hier, ne? Hier, ne? Hier, ne? Genau, hier hin. Das ist ein Ausflug, ich bin auch in der Zone, das ist relativ gut. Ich mach mal die Pumpkin in die Hand. So. Oh, wir haben damit eine Einfalle. Hier haben wir. Geil, der hat dann auch Granate geworfen, ist das so gut gemacht. Raus hier. Ist der andere? Ja. Fuck. Ich hab ihn gar nicht gut getroffen. Ah, jetzt hat er mich, ja. Gut, das hab ich nicht so gut gemacht. Aber ich werde mal jetzt die Runden auch drin lassen, wo ich auch jetzt mal nicht so gut bin. Einfach um euch zu zeigen, ja, ich nehme jetzt nicht nur die Runden rein, wo ich wirklich nur am Gewinnen bin. Ich nehme auch schon die Runden rein, die, wo ich auch mal nicht so gut spiele. So wie hier. Ich würde sagen, wir gehen nach Anarchy Acres. Was ist da? So, hab ich gerade nebenbei das Wand mir reingemacht. Also, da müssen wir. Hier sind noch nicht viele Berge. Das heißt, hier werden wir unseren Fall schon relativ weit unten öffnen. Na gut, die weißen Berge. Da hab ich nicht. Das ist ein bisschen hoch. Egal. Das passt, denke ich mal. Wir gehen mal da hinten in das Haus. Ist mir irgendwer hier gefolgt? Sehen tue ich hier noch keinen. Ein paar sagen, man sollte auf die Silos. Aber ich glaube, da sind immer nur, ist immer nur in einem Silo eine Truhe. In den Häusern. 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 Okay. Ohne. Da ist die Truhe. So. Da gibt's noch was Gutes. Okay. Ohne Falle. Kann man auch benutzen. Schildfang. Perfekt. Ich werde aber erstmal gucken, ob wir hier noch einen kleinen finden. Noch eine Taktischmaschinenpistole. Ich glaube, die sind hier, ja. Vandages. Den tun wir auch mal gerne mit. Oh, noch eine Truhe. Da ist noch ein Schildfang. Das ist eigentlich schon echt gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Auch wenn der Pumpgun hat. Der verschwört sich nicht. Ja. Der, natürlich. Okay, den haben wir. Da ist jetzt noch Pupgun. Noch einer? Das war er, glaub ich. Okay, nice, den haben wir. So, die können wir wieder anbieten. So, einen kann ich ja eh lösen lassen. Ich brauche eigentlich mal eine davon. So, wir tun ja mal was durch. So, sowieso. So, okay. Die Waffe hier finde ich ganz nice, weil die Baller da durchgehen. Auf jeden Fall noch geschossen. Hier geschossen. Die ist nice. Hoffentlich auch nicht. Vielleicht ist es immer. Ich glaube, er weiß nicht. Nein, nein, nein. Okay, nice. Das haben wir. Oh, das ist ja auch so eine. Okay, so eine ist leer. Jetzt gibt's noch irgendwo seine Munition. Okay. Ich hätte Raketenwerfer-Munition noch. Soll ich die Sniper mitnehmen? Ja, da sind noch relativ viel Schuss drin. Nehme mal mit. Ähm. Das Leben hat als keiner abgezogen. Das ist auch gut. Okay. Okay. Ähm. Sind wir in der Zone? Ja. Ja. Die Frage ist jetzt halt auch, er hat ja auch auf einen gesniped. Das heißt, hier ist noch irgendwo einer. Das ist jetzt die Frage, wo der ist. Ich denke, ich gehe mal zu, ähm. Tomatotown. Ist da eine Droh drin? Ja, da ist ein Droh drin. Sehr nice. So. Oh. Die mag ich immer sehr. Komm, nehme ich einfach mal hier für mit. So, die kann man sich decken. Ich würde aber die gerne noch mitnehmen. Ähm. Wo die, wo die jetzt sehr wenig Schuss. Ich glaube, ich lass die mal hier. Weil mit der hier kann ich auch relativ gut umgehen. So. Ähm. Wir laufen gerade in die Richtung. Auf mich wird geschossen. Ich weiß auch von wo. Das hab ich schon gesehen, mein Freund. Ich werde mal ein bisschen Sniper. Oh. Alles klar. Das war schlecht. Da hab ich nicht drauf geachtet, wie viele Leben meine, ähm. Meine Wand noch hatte. Damit hätte ich vielleicht auch einen aus Stein bauen sollen. Das war schlecht. Also wie gesagt, Leute. Ich bin in dem Spiel absoluter Luke. Ich kann das überhaupt nicht eigentlich. Hier wahrscheinlich auch gerade sehe. Guck mal, ich spiel mir jetzt viel raus. Aber wir warten und gehen zu Seltie Springs. Gibt mir jetzt definitiv noch mehr. Nur das, dass ich. Oh, da schon einer gelandet. Das war's. Da wird doch schon geballert. Oh, oh. Da müssen wir auch passen. Wie ist das? Wie ist das? Ja? Wie ist das? Wie ist das? Ja. und auch ein kleines Tänzchen Der kennt's nicht. Einfach mal eine Runde Tanzen suchen. Äh, so den Schlürfseffel probier ich mal gerade. Lecker lecker. So. Okay. Äh, probier ich das. Genau. Das wird schon mal nicht so gut. So. Ja, ist gut. Ich höre jetzt aber, ob ich immer mit ner Brom kann. Und wenn hier immer sehr mal an den Weg nach dem Brand ist mit dem Haus. Das ist lustig. Okay, ist auf jeden Fall einer. Ja. Ach, die Scheiße. Nicht kurz. Falschen Knopfblut. Baut da auf jeden Fall irgendwas ab. Oh. Oh. Was ist da irgendwo einer? Oh, ein Busch. Oh, nein. Den hätt ich eigentlich kriegen müssen. Na, schade. Oh. 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 Oh.